Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video, und zwar gibt es heute mal wieder ein Hearthstone Pack Opening. Ich habe Hearthstone schon seit drei, vier Monaten nicht mehr gespielt und es ist anscheinend eine Erweiterung rausgekommen. Und ja, wir öffnen heute gleich sechs Packungen. Fangen wir gleich mal an. Sieht schon mal lecker aus. Disteltee, mhm. Ja, ich habe schon ein Spiel gespielt und dieses, ähm, Seetun oder wie auch immer das heißt, scheint ziemlich OP zu sein. Okay, da war das die beste Partie. Also die Animation ist schon mal richtig nice. Oha. Hm. Ja, ich habe ja auch nichts Besonderes. Klatsch. Okay. Ah, okay. Das klingt eigentlich ganz gut. Ja, aber er kostet fünf Mana, das ist ganz schön viel. Ich habe mir jetzt auch noch nicht angeschaut, was da für Karten alles drin sind. Nein, also was für Legendäre und sowas drin sind. Aber die sehen schon witzig aus. Und die letzte Pack schon. Flatsch. Mhm. Merlachs drauf. Ach, das ist so ein Merlach-Counter. Episch. Episch. Okay, nice. Gibt es denn nicht bei Priestern schon eine Zauberkarte, die das gleiche macht? Und wenn er nicht so scheiße Stats hat und weniger Mana kostet? Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschau.